hallo liebe camper einen wunderschönen guten abend aus dingesbühl ihr seid wieder bei miga caravan auf dem kanal gelandet und ich schaue heute ein bisschen anders aus also bitte entschuldigt ich habe heute noch termine gehabt anderer art und weise somit schauen wir heute ein bisschen nicht camper-like sondern business-like aus wobei das hemmt habe ich schon raus weil es hat mir einfach kneift ich habe heute eine neuigkeit vorzustellen bei uns bei miga caravan und ich glaube ihr habt schon mal von anderem kanal gesehen und ich bin jetzt ganz ehrlich da habe es auch ich gesehen und fand es für eine spitzen idee und das will ich euch jetzt hier bei mir mal kurz vorstellen dazu gehen wir mal in die werkstatt so jetzt sind wir hier in der werkstatt angekommen und letztlich habe ich mir gedacht wir müssen uns einfach ja sage ich mal unseren kunden auch den wünschen gegenüber so ein bisschen beugen und das ist auch ganz wichtiges segment das haben immer mehr kunden darauf angesprochen und das thema ist einfach wirklich riesen brennendes thema und zwar geht es letztlich um das gewicht bei wohnmobilen dass wir immer wieder zubehör einbauen solarplatten einbauen und dann letztlich natürlich die frage ja was wiege ich denn jetzt eigentlich und bis jetzt konnte man das sicherlich auf mülldeponien bei war keine ahnung irgendwie auf der waage messen aber das entscheidende gewicht das sind ja nur zulässige gesamtgewichte aber die achslasten kann man natürlich dadurch nicht raus messen und das ist jetzt der grund warum ich mich auch dazu entschieden habe diese poppala entschuldigung jetzt ist mir das runtergefallen diese waage von diese wohnmobil waage von artesie kate sie heißt es glaube ich zu kaufen beziehungsweise zu organisieren die echt geil ist ich meine ich habe das video ja von götz gesehen bei wcs der hat ja die gleichen und ich muss ganz ehrlich sagen die sind wirklich der hammer die dinger also ich habe es jetzt auch gleich hier bei meinem fahrzeug ausprobiert bin auch schon erschrocken bin ich auch ganz ehrlich also alle achtung aber ich habe es hier dementsprechend mal installiert und ihr seht ich kann hier jeden einzelnen reifen sprich last raus wiegen also hier sind wir jetzt bei 695 kilo jetzt gehen wir mal auf die beifahrerseite was wir hier haben hier haben wir auch 695 kilo jetzt gehen wir mal auf die hinterachse da habe ich hier 890 kilo und dann haben wir natürlich noch auf der seite gucken wir hier auch gleich mal nach 896 kilo also das ist schon geil und wir haben hier auch unseren monitor hängen das ist ja unser werkstatt rechner wo wir auch unser arbeits edv dran hängen haben und hier können wir jetzt bei der live messung gleich sehen hier sehen wir jetzt die einzelnen wagen sagt uns jetzt noch nicht sehr viel aber eins sehe ich schon nämlich auf den ersten blick schon mal das gesamtgewicht und hier sind wir bei drei tonnen und 176 kilo das auto ist leer scheiße also ich habe nichts drin wahnsinn also ich bin da schon ein bisschen erschrocken was hier an gewicht anfällt das ist schon echt heavy und jetzt kann man hier natürlich auch noch umklicken also jetzt gehen wir mal auf den schwerpunkt dann kriege ich hier nämlich einen ganz anderen bildschirm und schon sehen wir hier die verteilung wie es ausschaut wo die differenzen sind das achsgewicht sehen wir mit 1584 und 1591 da liegen wir gut drin da haben wir dann hier die differenzen dementsprechend also rechts und links die differenzen also das ist schon echt eine geile geschichte muss ich wirklich sagen also gefällt mir richtig mega also ich muss jetzt hier nur ein bisschen rumspielen weil ich habe jetzt hier noch gar nicht viel gemacht ich weiß jetzt noch gar nicht was man hier alles machen kann aber es ist schon mal das ganze kann man jetzt hier umstellen auf Prozente damit wir sehen was im Prozenten wir wollen es natürlich immer im Gewicht haben 100% ist jetzt in dem Fall natürlich das Gesamtgewicht gewesen hier von 300 von 3 Tonnen 176 kilo dann haben wir hier noch eine Diagonalverteilung vom Gewicht also das ist echt krass was man hier alles machen kann also das finde ich schon richtig heftig und dann haben wir noch eine Achsverwiegung entsprechend wo hier das erste Achsgewicht gleich steht mit 1584 jetzt gehen wir hier mal weiter dann kommt das zweite Achsgewicht halt das ist das gleiche nochmal ja da muss ich mich nur ein wenig einfuchsen wie das genau funktioniert aber es ist wirklich eine mega Geschichte und das hier finde ich am allergeilsten damit man halt gleich sieht Waage 1, Waage 2 wo entsprechend die Gewichte hängen jetzt muss man das aber nur einstellen weil die Einstellung hier noch nicht stimmt weil man muss natürlich einstellen wo ist Waage 1 und Waage 2 wie gesagt da muss ich mich noch ein wenig durchfuchsen das kann man hier machen hier kann man Einheiten anstellen Parameter einstellen und so weiter also hier gibt es ganz Geschichte ganz viele Geschichten wo man hier dementsprechend organisieren kann dann kann man hier Prüfberichte rauslassen und 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 also alles in allem echt eine tolle Sache und wichtig ist im Prinzip für mich als allererstes schon mal hier die Live-Wiegung das finde ich mit am interessantesten also wir sehen jetzt genau ich habe hier auf der Achse 1584 also mega kann man richtig alles raus tarieren richtig raus lesen und das ist richtig schön und vor dem her finde ich das ganz wichtig und das bieten wir eben jetzt auch aktuell unseren Kunden an damit wir hier eben Sache zur Aufklärung betreiben und den Kunden auch entsprechend wiegen oder anwiegen können was sein Wohnmobil wiegt mit all dem Zubehör und auch wenn er hier mal unterwegs ist kann er kurz halten klar wir müssen ein paar Euro verlangen für das Wiegen das geht natürlich nicht umsonst ihr habt ja den Preis gehört hat ja auch der Götz schon mal gesagt also die die Wagen hier die kosten richtig 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 Geld also da hat meine Finanzchefin schon gesagt ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe aber eins ist auch klar wenn man was kauft muss man was Vernünftiges kaufen muss man was Gescheites kaufen ich kann jetzt nicht einfach sagen ich organisiere mir hier irgendwelche 200 Euro Wagen die dann letztlich nur einmal oder so funktionieren und dann hat man wieder ein Problem das geht nicht also wenn dann brauchen wir hier schon vernünftige Wagen die auch dementsprechend kalibriert sind die anständig eingestellt sind das ist mir ganz wichtig und vor dem her hat sich die Investition dahingehend schon gelohnt weil es eben auch einfach echt ein Verlangen ist und ja das Video wollte ich jetzt einfach nur mal anteasern damit auch ihr wisst dass wir sowas hier haben wir können jetzt auch eure Fahrzeuge wiegen ich habe vier Platten das heißt eine geht bis zwei Tonnen also wir können aktuell acht Tonnen wiegen und das ist schon mal ganz gut weil die meisten Wohnmobile sind ja eh 3,5 oder 4,5, 4,8 ganz wenige gehen über die fünf Tonnen da habe ich nicht so viel und wenn das einmal der Fall ist dann holen wir uns natürlich nochmal zwei Platten extra aber erst einmal ist das genug und bis acht Tonnen kann ich wiegen das ist schon mal eine Hausnummer und man muss die Platten einmal angucken also das ist echt Qualität also das ist richtig geile massive Qualität das sind richtige Originalgeschichten und ihr seht wenn ich da drauf drücke wie sich das sofort verändert also das ist schon Hammer wie man das machen kann dass das so empfindlich ist aber trotzdem so eine Masse an Gewicht wiegt also finde ich echt ja schuldig um den Ausdruck ratten scharf also muss ich sagen toll Investition hat sich gelohnt ich bin mega erschrocken mein Fahrzeug ist leer und hat schon 3,17 Tonnen also dann weiß ich dass ich hier schon mal nicht viel mitnehmen kann egal wo es hingeht und meiner Auflastung definitiv Ball folgen muss weil so kann ich nicht mehr lang rumfahren habe ich auch schon wieder dazu gelernt und ich glaube so geht es ganz vielen dass einfach das ein Riesenproblem ist mit der Gewichtsverteilung weil wir hier einfach echt durch Zubehör durch alle möglichen natürlich hier die Grenze schon richtig heftig machen ich meine klar ich habe auch einen Haufen Zeug da reingebaut zwei fette Lithium ich habe 420 Amperestunden Lithium ich habe einen großen Wechselrichter drin wobei das der WCS ist der wiegt nur 6 Kilo das ist jetzt nicht so die große Thematik aber ja dann hat man natürlich noch das drin und Kaffeemaschine und das und jenes und ruckzuck sieht man hier kommt man da drauf jetzt wenn man nur zwei Fahrer dazu rechnet und ein bisschen Wasser und ein wenig Klamotten dann war es das Respekt ja so viel dazu das wollte ich euch nur kurz zeigen dass wir das jetzt hier auch bei Mega Caravan Dingelspül haben Achsvermessung vom Allerfeinsten sprich Gewichtsvermessung Achsvermessung Achslastvermessung und somit könnt ihr dann auch safe unterwegs sein und das macht richtig Spaß also dann bedanke ich mich fürs Zuschauen in der Werkstatt und wir sehen uns gleich nochmal vor ja wiegen ist wirklich eine wichtige Sache ich muss euch wirklich nur ans Herz legen wiegt eure Autos lasst auch die Achslasten auswiegen weil es ist wirklich in Deutschland geht es wahrscheinlich noch einigermaßen da liegen wir bei ich weiß nicht da akzeptieren sie glaube ich so 5% weiß ich ja nicht da gibt es immer so Märchen bis 10 glaube ich nicht aber 3-4-5% Tolerant sind da schon aber ich weiß aktuell Österreich-Schweiz ist gar keine Toleranz also da sind die Knüppeldicke und wenn ich da mit 3550 rüberfahre dann stehe ich wenn ich dann Pech habe lassen sie mir die Karre erst einmal abladen einlagern und keine Ahnung was und das ist dann mal richtig teuer da glaube ich rentiert sich schon mal einen kleinen Betrag auszugeben für einmal anständig wiegen und nicht täuschen lassen das Gesamtgewicht ist sicherlich einer der Hauptaspekte aber die Achslasten nicht zu vergessen weil es nützt nichts wenn nicht vorne die Achslast passt aber hinten bin ich maßlos überladen in der Achslast aber das Gesamtgewicht ist wieder in Ordnung was ja durchaus sein kann also drum muss man auch wirklich die Achslasten beachten weil die müssen wirklich auch passen weil selbst wenn das Gesamtgewicht in Ordnung geht aber die Hinterachse komplett überladen ist durch die Riesengarage und die machen wir mal schön voll weil der Platz ist ja da dann lade ich auch aus wenn ich kontrolliert werde also soviel zum Thema Wiegen gern eure Kommentare unten reinschreiben was ihr davon haltet was ihr denkt und ich freue mich schon aufs nächste Video da werden wir das Auto hinter mir mal im Detail zeigen wie es da jetzt ausschaut Cinderella und so weiter und ja das war es von mir an einem wunderschönen Freitag ja Spätabend schon wieder dunkel draußen aber macht nichts ich mache jetzt dann auch gleich Feierabend ich wünsche euch alles Gute über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich wie immer genauso wie über ein Abo von euch und wenn ihr nichts verpassen wollt vielleicht sogar die Glocke aktivieren dann werdet ihr auch immer benachrichtigt wenn was kommt also ich wünsche euch alles Gute schöne Grüße aus Dinkelspiel schönes Wochenende vor allen Dingen macht es gut bis bald Ciao Ciao Vielen Dank.